Ich glaube wir kommen da nicht hin, da wo die kämpfen. Komm, das machen wir, oder? Tobi. Was denn? Ja, was? Komm mal kämpfen. Ja, okay, klar. Komm mal kämpfen. Ja. Geh ich nochmal mit hin. Aha, erst nach dem Fight wieder. Guck mal, 3 gegen 1. Da kann man was looten. Ja, ja, ja. Ist auch schön. Wenn man's Hals drauf, oder? Natürlich. Guck mal, wird der die alle best? Wohl, der hat, ey. Der Kampf, die Kämpfe sind immer so, so, so agil in dem Spiel. Man fiebert richtig mit. Hier, hier, Richard. Die Kampfe haben immer zu, zu abwärts sein. Guck mal, über die Deckung, unter der Deckung, über die Deckung, unter die Deckung, über die Deckung, unter die Deckung. Ja, so richtig actionreich. Okay, jetzt red ich. Ja. Hat der gekämpft? Ja. 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 Auch mehr als bei uns. Ja. Oh, wer soll denn jetzt denn bekämpfen? Das ist Yahira. Oder Minsk. Ja, ich kann nur drei auswählen. Und zwar mich. Ja, du machst das. Ja, du machst das. Du machst das. Ich oder Yahira? Der Yahira, oder? Die hält ein bisschen mehr aus. Kann sich auch heilen. Meine ich auch. Ja. Also ist vielleicht besser. Du machst das, oder? Ja, ja. Du willst noch looten? Scherz. Ja, die haben diese normalen Sachen. Schrausachen halt. Also, ich finde den bisher recht hart und anschlussvoll. Was hat denn denn noch? Ich würde noch so ein bisschen weiter auf ihn drauf. Boah, ist so spannend, hey. Ich suche mal ein bisschen ran. Ich suche mal ein bisschen ran. Ich suche mal ein bisschen ran. Um den Kampf noch etwas spannender zu machen. Könntest du noch ein bisschen so Geräusche machen? So Kampfgeräusche. Ah! Boah! Katanga. Oh, der hat nur Schaden gemacht. Ganz sieben Stück. Und er ist badly injured. Kann ich gar nicht. Komm, ich heile dich mal. Oh, ich kann ihn gar nicht heilen. Mir hat das nicht so viel gebracht. Wolltest du ihn heilen? Ja, klar. Oh Gott. Jetzt. Hier ist irgendwie eine Treppe, die ins Nichts führt. Oh! Ich... 30.000 Erfahrungen. You have proven the better confidence that I yield the victory. Ich muss mal ganz kurz lesen. Deswegen lest du kurz vor. Jo. Hm. I do not recognize you. For such a strong female to come out of nowhere is unusual. Ah, was soll ich sagen? Erstes. Hm. Okay. Blablabla. Ah, jetzt können wir gegen sie campen. Ja, auf jeden Fall. Speichern mal, dann kämpfen wir noch. Ahira, mach das. Was? Ja, die Ahira ist ein Tier. Ich blätter mal durch mein Lösungsbüchlein. Die ist bestimmt härter, deswegen machen wir mal so ein paar Vorredningsmaßnahmen. Du watchtest so lange. Ja, ist sie. Was macht... Was ist los? Die kann sowieso lustig zaubern. Oh ja. Aber ich hab sie mal unter der... Oh ja. Hallo. Okay, jetzt viel bunte Sachen und so. Kann ich da eigentlich... Oh. Leg damit. Ich stelle sie mal weg. Oh. Ja, blablabla. Ich weiß nicht, was dein Enemy gerichtet hat. Wir sind gerade in der Taverne, hätte ich gedacht. Wie klingt sie? Oha, die killt meine Feuerlemitar aber auch relativ krass. Die Frau, die kann was. Was hat sie denn, äh, an Schaden schon? Wie ist dein Near Death? Ja, also dann. Woll nicht rum. Oh, mein Stuhl quitscht, sorry. Schön nicht. Hm? Schön nicht. Okay. Die macht den Feuerlemitar mal. Klingt auf der 30 Damage. Oh, ich glaub mit deinem Magier... Jetzt hat sie sich geheilt. Oh, irgendwie dafür sorgen, dass er aufhört sich zu heilen und so. Aber es leben noch beide vor allem mit daran. Also das ist immer relativ easy. Ach, jetzt ist sie... In Abhausstimmung. Alter, sie hat sich draufjagt. Ja, richtig. Im Schutz zaubern. Gibt's eigentlich nicht so was wie, ähm... Im Nahkampf zaubern und so ist ja eigentlich... Ja, auch mit dem Fintenschwarm um den Kopf allein. Ah, jetzt hat sie es nicht geschafft zu zaubern. Der hat sich wieder jetzt... Der hat sich wieder jetzt heilt, geheilt. Ja, ja, gleich. Jetzt sollten wir sagen, jetzt werden sie mal totkriegen. Boah, was geht denn da noch so ab, Alter? Ich könnte tausendmal so ein Ding machen. Ich mein... Ist zögert halt gerade nur raus. Uninjured? Die hat jetzt komplett geheilt. Nein, badly injured ist sie. Ja, es ist schon... Ja, davor waren sie uninjured. Und wir drücken dir halt ordentlich Schaden rein. Mit Jahira hat irgendwie keinen Bock, die anzugreifen. Jetzt kriegt Jahira Schaden, Oba. Ja, ja, der hat jetzt einmal zwischendurch Schaden bekommen. Jetzt geht's glaube ich zu Ende. Ich glaube, sie kann nicht mehr zaubern. Irgendwann muss sie ja mal vorbei sein. Yay. Haben wir die gerade getötet sogar? Ja. Und looten? Hey, das war's. So, schauen wir, ich bin heute. Au. Gibt's da mehr Challenges? Boah, da haben wir noch mehrere. Mhm. Mach mal, das gibt Erfahrung, das ist gut. Soll ich was machen? Oder? Nein, ja. Ja, gegen Magier. Ich probier mal eine. Hast du nicht gespeichert dazwischen, oder? Nö, aber ich krieg den noch nicht für tot, denke ich mal. Boah, ich hasse das, der geht manchmal einfach aus dem Zaubermenü raus, ohne dass ich ein Zaubergemeldet habe. Dann beende der das Menü einfach. Ja, wir haben ein bisschen den Zauberstück dann. Sind die Feueradventare noch von gerade eben, oder? Ja. Voll gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Andi. Was denn? Nix, nix. Und die kämpfen da unten weiter. Ja, ja, ich weiß. Erfahrung und so. Oh mein Gott, jetzt müssen wir warten, bis die sich getötet haben da unten. Ja, richtig. Aber es hat ja relativ viel Andi. Die Feueradventare sind dann so krass stark in diesem Spiel. Ist das echt krass. Und mal kurz Pause, wapperschön. Naja. So, wieder da. Mal gucken, ob der neue Challenges für mich da sind. Und ich mach mal einfach weiter mit dem nächsten Challenge. Finde ich gut. Dann kann ich zu lange mein Futter löffeln. Weil man die Feueradventare leben noch und damit wäre die Challenge auch schon geschafft. Deswegen machen wir auch schon die nächste Challenge. Jawoll. Und die Feueradventare sind wahrscheinlich immer noch da. Deswegen dürfte auch die nächste Challenge überhaupt kein Problem sein. Es ist wieder Fail. Aber um sie spektakulärer zu machen, mach ich mal noch magische Geschosse da rein. Und einer der Feueradventare ist inzwischen mal schwerfühlig. Ich will da jetzt noch Looten gehen. Hebe zu flühen. Geilen Scheiß. Gibt's noch mehr? Gibt's noch mehr? Gibt's noch mehr? Ah, jetzt kann man Looten gehen. Und ja, ich geh Looten, weil du hast nichts gemacht und ich... Ja, okay, dann mach du, dann kann ich so lange weiter essen. Heißt? Oh, einer der Feueradventare ist. Böse geworden. Hm. Okay, ich tu. Also du brauchst mich gar nicht mehr. Ich fühl mich so nutzlos. Ja, du bist auch überflüssig. Schmerz! Nicht! Schmerz auf meine Schmerz, während du kannst. Ich bin nicht so lecker. Ja, für diese Dorian brauchst du für jeden einzelnen, brauchst du einen Zauber, oder? Zum Ende definieren. Ja, richtig. Deswegen... Ja, das ist natürlich du. Ich nehme sie trotzdem mit. Okay. Ah. Vielleicht der Perfektionismus dazu zwingt. Und weil wir damit voll viel Geld machen, nämlich so ungefähr ein Gold pro Stück. Ja. So. Dann kommen wir hier raus, ne? Ja. Aber eigentlich sollte ich da noch eine Waffe geben, eine ganz coole. Hm? Weil hab ich dich aufgesammelt? Linke des Versengens plus drei. Hast du sicher nicht aufgesammelt? Ah, doch. Ja. Dann hab ich schon. Okay, ich hab nichts gesagt. Noob noob. Gut. Entschuldigung. Herr Container ist voll, warte mal kurz. Der ist voll. Du bist schon wieder voll. Ich hab vergessen, was zu verkaufen. Egal. Machen wir mal nachher. Wir sind jetzt ja eh nicht mehr so lange mit der Aufnahme dringend. Ja, dann kann ich nachher verkaufen gehen. Warte mal, lass doch einfach so. Man kann den großen Bauern, kann ich dir empfehlen. Ein bisschen Product Placement zu machen. Ja, wir kriegen dafür nämlich massig, gell? Vor allem, ähm, die den... Mit, äh... Mit, äh... Oh Gott, Gedanken Schindern mal wieder. Aber die haben ja alle keinen Namen. Es kann mal weitergehen. Mach mal die diskutieren da, lass mich mal kurz. Ja, ich geh schon mal so. Na, ich warte. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt gibt's Beef. Oh ne, die gehen. Oh, ist ja voll langweilig. Da gar kein Beef gibt. Gut. Wollen wir nicht erst nach oben? Andi, da, zu dem Riesending? Riesenpenis. Oder nach links siehst du das auch in der Sackgasse? Wir müssen mal die Sackgassen machen, bevor wir da hochgehen. Warum Penis eigentlich? Oh nein. Das erste, was mir in den Sinn kam. Immer das erste, was mir in den Sinn kam. Weiß ich doch. Ach, hier waren Sklaven gehalten. Ach, das ist einfach eine schöne Stadt. Fühlt sich einfach in Ruhe. Hier ist halt Priestess of Lold. Der Göttin der Spinn, also der Spinnkönigin, Göttin. Aber eigentlich schon ganz nett gemacht, so für die damaligen Verhältnisse. Die Stadt, also... Also so allgemein sind die... Gebiete schon cool gemacht. Ja, also das ist nichts außer eine Riesen... Wie alt ist das Spiel eigentlich 2000 oder 19 irgendwas? Ich weiß nicht, ob das sogar 1998 ist. Und das Spiel in der Beschreibung steht's. Kommt man da gar nicht rein in das Ding? Sag's dir sofort, tu mir. Wie ein Jahr wir sind. Aus 2000, ja. 2000. Das ist eigentlich gar nicht so lange her. Wenn man 2000 hört, denkt man so, ja das ist jetzt noch nicht ewig. Aber gut, mittlerweile ist es halt 15 Jahre, ne? Richtig. Und in der Zeit... Und da unten? Da unten? Wo da unten? Oder waren wir da schon? Den waren wir noch nicht? In diesem Ding hier? Ich war da schon. Können die nix, die Viechen, oder wie? Du kannst nix. Nee, das sind auch einfach quasi nur... Und das ganze links hier unten? Und während die hier gehalten... Was ist das? Achso, nee, da war ich noch nicht. Was geht da so? Äh... Keine Ahnung... Muss ich da hinkommen, oder? Hm... Wart mal kurz, ich hab hier irgendwie... Da? Nö. Nö. Kommt da auch nicht rein, ich glaube nicht. Hm-mm, nö. Nö. Also gut, dann doch weiter raus. Nö, ja. Und ich glaube auch vor am PC. Hm, Robert? Gehen wir jetzt erst so... Guck mal, hier wär'n Haus. Gehen wir in das Haus rein? Ja. Ahja, komm, lass' looten, warte mal. Gehen wir unten rein, was? Lass' Schriftrollen. Hm, bin überwichtig. Ja, da war'n mal ein bisschen... Ich bin in so'n Haus drin, da hat's auch viel zu looten. Guck mal, lass' ich dir. Was kam denn das so? Au, da hat's viel zum looten. Die Zeit ist überrascht, hier. Hm, 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 hm. Da muss ich vor... Ich glaube, wir sind in der weiblichen Kämpfer-Gilde. Weiblich oder männlich? In der weiblichen. Woran sitzt du da? Da steht hier auf der Karte drauf. Weißt du, ich find' du einfach Lösungsbuch, der kann ja gar nichts. Also, ich war gar nicht, ich kann... Ich komm nicht dazu, irgendwas durchzulesen. Ich guck mir nur die Karte an. Ich guck mir Jui-Bildchen an. Ich bin da eigentlich gern rum. Weil ich kann eigentlich ja... Ich kann ja nichts anderes. Ich will auch so'n Doppelbett. Ein Doppelbett? Wie, das da? Hier, das hier. Nimm auch mal oben. So, so, das ist ein Pommes des Käfers. Mhm, sieht total bequem aus. Du bist so, hier ist der Käfer. Gibt's hier nichts Wichtiges. Gibt's hier nichts Wichtiges. Gibt's hier nichts Wichtiges. Gibt's hier nichts? Hä, die Steil kann irgendwie bis jetzt gar nichts. Außer pupsen und stinken. Ich geh wieder raus. Was ist eigentlich da unten? Ist das ein Bluttank? Oh, gut. Aber da oben gab's noch ne Treppe, bleb, 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 bleb. Gibt's hier. Gibt's hier. Gibt's hier wieder? Ach, zum nächsten... Stokewerk. Puh. 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 Bye-bye. Oh. Oh. Oh, da. Hab' ihr gesehen die Übersicht, bitch? Blöse Wörter. But she's quick on her feet. Lügen wir oder sagen uns richtig? Lügen auf jeden Fall. Puh. Wer bist du, die davor steht drauf? Wer soll die Surface Bitch sein? Die Oberflächen-Bitch. Eine Oberfläche, Mann. Und wer soll das sein? Ah, guck mal da. Da gibt's noch ne neue Ebene, wo man es hingehen kann.